Lady McKendrick hat vielleicht mehr Klasse, als du gewohnt bist, eh? Ah, Bruno, mein bulliger französischer Freund. Die gute Lady wird sich so sehr in meinen Augen und Gesichtern verlieren. Sie wird gar nicht bemerken, was ich mit ihr vorhabe. Tick, tick, tick. Timing ist wie immer das Wichtigste. Während du und Lady McKblabla losziehen und tut, was auch immer ihr so tun werdet, holt sich's schon den Schlüssel. Mit dem erhalten wir Zutritt zur Millionär-Suite. Wo wir uns sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was bei Newtons Eier ist hier los? Was hast du das alles hier rumliegen lassen, Scarlet? Hallo? Was ist das alles? Hallo? Ist hier noch jemand? Um eines mal klarzustellen, ich möchte keine Antwort von denen unter euch, die man als nekrotisch bezeichnen würde. Hm, Scarlet hätte deutlicher machen müssen, dass man das ein wenig zu sagen holen muss. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr als nekrotisch bezeichnen würde. Ich bin ja nicht mehr als nekrotisch bezeichnet. Ich habe nichts mehr als nekrotisch bezeichnet. Ich habe nichts mehr als nekrotisch bezeichnet. Dieses große Stein an der Ding, das ich vorhin gesehen habe, sah interessant aus. Das Roche, oh Gott, sehr aromatisch. Das Roche, oh Gott. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das Roche, 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 oh Gott. Mein inneres vor außen, mein äußeres vor innen, wer bin ich, was bin ich? Geh! 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 Ja, der Destillierhelm und das Geißpoor. Zusammen leiten Sie den Dampf zum Kühlen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.